Hallo liebe Leute, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop-Tutorial in unserer Playlist Non-Destruktives Arbeiten. Auf dieses Tutorial habe ich mich schon lange gefreut, das wollte ich schon seit keine Ahnung, bestimmt einem Jahr machen oder so, aber das hat noch nie irgendwie so richtig reingepasst und ich habe mich noch nicht getraut oder keine Ahnung, irgendwas ist dazwischen gekommen. Und zwar geht es heute um modulares Arbeiten oder eine modulare Arbeitsumgebung. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff offiziell existiert, den habe ich einfach für mich so genannt und zwar ist es eine Art und Weise non-destruktiv zu arbeiten, in der Art und Weise, dass ich mir so eine Art Template erstelle. Das ist natürlich super praktisch sowas, wenn man zum Beispiel komplexe Layouts macht, Homepages macht, all so ein Zeug macht und dort bestimmte Tricks kennt, wie man mit zum Beispiel Smart-Objekten umgehen kann. Das will ich euch heute zeigen und zwar einfach, indem ich mal jetzt schon gleich mal diesen genialen Effekt hier irgendwie euch zeige. Pass mal auf, ich habe jetzt hier auf das Smart-Objekt, auf irgendein beliebiges Smart-Objekt, das spielt keine Rolle, habe ich einen Doppelklick gemacht, sodass ich in das Smart-Objekt hinein komme. Und da seht ihr, aha, das ist also die Datei oder das Bild, was ihr hier verzerrt sehen könnt. Darüber ist ein Look und darunter ist ein Himmel. Okay, das ist also im Grunde die Konstruktion. Ich habe hier einen Ordner, auf dem eine Vektormaske ist, der mir quasi hier dieses Fünfeck bietet. Ja, dann habe ich einen Himmel, der dahinter ist. Ja, den kann ich auch ganz beliebig austauschen, auch indem ich zum Beispiel einen Doppelklick auf das Smart-Objekt mache und dort den Himmel austausche und darüber ist dann noch ein Look. Ja, so, jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich jetzt hier das Bild verändere. Das heißt, ich mache jetzt mal einen Doppelklick auf diese Musterfüllung. Ich werde euch aber gleich noch zeigen, dass das auch mit ganz normalen Pixelbildern geht, aber das hier sind halt Musterfüllungen. Davon habe ich halt eine ganze Menge, weil das hier so, das ist so meine künstlerische Art, mich auszudrücken, dass ich zum Beispiel solche Fotos hier mache. Jetzt muss ich natürlich eins auswählen, was passt. Ja, ich weiß das aber nicht, weil ich das vorher nicht ausprobiert habe. Das heißt, ich nehme jetzt mal einfach irgendein Muster, werde das hier, lasse das jetzt hier mal so drin und mache da nichts weiter dran und jetzt werde ich einfach mal das Smart-Objekt abspeichern mit Befehl und S. Ja, wir warten eben diesen Speichervorgang ab und dann seht ihr, aha, Moment, Smart-Objekte werden aktualisiert. Das bedeutet, dass jetzt das Smart-Objekt, das sich auf die Originaldatei bezieht, dass die jetzt aktualisiert wurden. Jetzt schaut mal, jetzt hat sich nicht nur diese eine Ebene, die ich hier doppelt geklickt habe, verändert, sondern gleich alle fünf Ebenen und jetzt habe ich ein komplett neues Bild. Ja, jetzt müsste ich vielleicht den Look noch anpassen, ja, aber der Look ist jetzt quasi immer schon mit drüber, also auch mit so einer quasi Schatten-Lichtwirkung und könnte hier den Himmel noch anpassen, ja. Und dann, ihr seht auch hier, obwohl, nee, das passt alles, ja. Das heißt, ich müsste jetzt hier einen Himmel wählen, der irgendwie zur Farbstimmung passt oder so. Das heißt, ich kann hier ultraschnell ganz viele Fotos mit diesem Layout ausprobieren, ja. Und jetzt will ich euch den Trick sagen. Und zwar gibt es mehrere verschiedene Arten von Smart-Objekten. Und wenn ihr normalerweise ein Smart-Objekt habt, wie zeige ich Ihnen das jetzt am besten? Okay, ich mache jetzt mal, pass mal auf, ich reduziere jetzt mal das gesamte Bild auf eine neue Ebene. Und diese Ebene konvertiere ich in ein Smart-Objekt. So, jetzt kann ich ja mit einem Doppelklick in das Smart-Objekt reingehen und könnte jetzt zum Beispiel hier, was weiß ich, irgendeine Änderung vornehmen. So, ja, und wenn ich das jetzt abspeichere, ja, jetzt müsste gleich wieder dieser Dialog kommen, nee, das war so schnell. So, wenn ich das jetzt abspeichere, habe ich quasi das veränderte Ergebnis. Das heißt, ich kann innerhalb des Smart-Objekts kann ich irgendwie noch arbeiten. Und jetzt mache ich mir eine Kopie von dem Smart-Objekt. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Kopien. Ja, normalerweise benutzen wir folgende Kopie. Das ist nämlich ein neues Smart-Objekt durch Kopie. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt im neuen Smart-Objekt durch Kopie, wenn ich da jetzt reingehe und, sagen wir mal, irgendeine extreme Änderung mache, sowas, und das abspeichere, dann hat sich das nur auf dieses hier übertragen, aber das alte bleibt so, wie es ist. Das heißt, das sind jetzt zwei voneinander getrennte Dateien. So, jetzt mache ich aber eine ganz normale Kopie, also mit Befehl und J zum Beispiel, von meinem Smart-Objekt. Und jetzt sind das verbundene Smart-Objekte. Das heißt, alle Smart-Objekte, die ich mit einem normalen Kopierbefehl kopiere, also auch mit der Alt-Taste zum Beispiel, ja, das sind verbundene Smart-Objekte. Also, wenn ich jetzt hier auf eins dieser Smart-Objekte, ich nehme jetzt einfach mal das mittlere, einen Doppelklick mache, und jetzt machen wir mal irgendwas anderes. Das heißt, wir machen jetzt mal hier mehr Grün rein, und ich speichere das ab. Jetzt blicke ich gleich nicht mehr durch, weil hier so viele Fenster offen sind. Nee. Nee. Scheiße. Ah, nee. Genau, guck mal. Jetzt haben sich alle drei verändert, ja. Das heißt, das ist das Original, ja. Das wird jetzt aber nicht mehr unterschieden. Das heißt, jedes dieser drei Smart-Objekte oder Smart-Ebenen ist jetzt quasi das Original. Und wenn ich eine Änderung in einem dieser Ebenen mache, dann überträgt sich das auch auf alle Ebenen darüber. So, und deswegen kann ich jetzt zum Beispiel hier einfach in meinem Layout einen Doppelklick auf eins dieser Smart-Objekte machen und kann alle fünf Elemente gleichzeitig austauschen. Das bezieht sich aber nicht auf die Skalierung. Wenn ich die jetzt mal ausmache, dann werdet ihr sehen, dass die skaliert sind. Ja, das heißt, die musste ich ja in mein Fünfeckschema rein skalieren. Ja, das bezieht sich nur auf den Inhalt des Smart-Objekts, aber nicht die Art und Weise, wie ich das hier skaliert habe oder auch nicht auf die Filter, die ich drauf anwende. Das heißt, ich könnte jetzt hier Smart-Filter drauf anwenden. Die würden aber nicht übertragen werden. Die sind dann wieder für einzelne Ebenen da. Okay, jetzt müssen wir jetzt erstmal diese überflüssigen, ich mache die jetzt mal alle zu hier, weil ich nicht mehr durchblicke, welches jetzt welches ist. So, jetzt machen wir nochmal einen Doppelklick hier drauf, weil ich euch ja zeigen wollte, dass man ja auch normale Pixel-Ebenen da reinbringen kann. Das heißt, ich mache jetzt mal ein Kurzbefehl für Bild platzieren und jetzt nehmen wir einfach mal dieses Bild hier. Ja, so. Das passt natürlich von der Größe jetzt her nicht. Das heißt, das macht man natürlich normalerweise nicht, ein Bild zu vergrößern, aber ich mache das in diesem Fall jetzt mal und jetzt speichere ich das ab. Und jetzt gehen wir darüber. Ne, Smart-Objekte werden aktualisiert. Das sind immerhin fünf Smart-Objekte, die aktualisiert werden müssen. Und jetzt haben wir ein komplett neues Bild. Das heißt, das ist einfach eine super geniale Methode, sich eine modulare Umgebung herzustellen. Also auch noch mit Lux und Himmel und allen möglichen Sachen. Wenn man die Ebenen richtig anordnen und mit Smart-Objekten richtig umgehen kann, dann ist das eine Sache von zwei Sekunden. Jetzt zeige ich euch noch ein anderes Beispiel. Das hier ist natürlich nur ein Witz. Sowas würde ich niemals ernsthaft machen, aber ihr könnt euch vielleicht noch an das Video erinnern von Mount Rushmore, wo ich die Gesichter ausgetauscht habe. Und dort habe ich das zum ersten Mal gemacht. Das heißt, wenn man eine Sache zum ersten Mal macht, dann hat man immer erst, wenn die Arbeit fertig ist, eigentlich die Idee, wie man es hätte viel besser machen können. Hier ist es zum Beispiel so, dass ich ein Grundbild habe, warum diese Ebene hier dupliziert ist. Ach so, da habe ich offenbar den Hintergrund angepasst, damit der ein bisschen, wie soll ich sagen, weicher ist. Dann gibt es hier die eigentliche Ebene, wo man hier die Haut durch irgendwelche Steine austauscht oder so. Und dann gibt es hier noch zwei Look-Ebenen. Und jetzt kann ich einfach total super non-destruktiv, kann ich das nämlich verändern. Also wie ist denn eigentlich sowas aufgebaut, dass man quasi eine Struktur über, sagen wir mal so ein Gesicht legen kann oder so. Das heißt, das geht hier unten los. Das heißt, man braucht ein Schwarz-Weiß-Foto. Das ist ganz wichtig, dass das Schwarz-Weiß ist und nicht farbig. Und zwar nur dort, wo man auch die Struktur austauschen will. Das heißt, dass ich jetzt hier verschiedene Masken habe, die mir quasi nur diese Parts anzeigen, wo ich dann nachher die Struktur auswechseln will. Die Masken mache ich mal wieder an. So, dann haben wir jetzt nur dieses Gesicht. Jetzt mache ich mal die anderen Ebenen wieder an. Und jetzt kommt die eigentliche Strukturebene dazu. Und das non-destruktive oder das Modulare hier dran ist, dass ihr nämlich einen Versetzen-Filter braucht. Das ist so eine Art Tiefenmapping. Mit dem Versetzen-Filter könnt ihr die Pixel eines Schwarz-Weiß-Bildes so versetzen, nee, der Struktur so versetzen, dass es auf das Schwarz-Weiß-Bild hier passt. Das ist eigentlich der ganze Witz dabei. Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass das eine aufwendige Methode ist. Weil wenn ihr eine normale Pixel-Ebene nehmt, also die kein Smart-Objekt ist und diesen Versetzen-Filter anwendet, ja, da gibt es nämlich, ich zeige euch mal den Filter, wie der aussieht. Das ist ein ganz alt-airwürdiger Filter, ohne jegliche Vorschau und so. Und da müsst ihr dann hier einfach irgendwelche Fantasiezahlen eintragen und das immer und immer wieder ausprobieren, bis das stimmt. Und da ist es natürlich super cool, wenn man das hier als Smart-Filter hat und das ständig verändern kann. So, jetzt mache ich mal einen Doppelklick hier auf das Smart-Objekt, wo die Struktur drin ist. Und jetzt kann ich die einfach austauschen. So, passen wir mal up. Ja, das dauert halt immer, weil eben die Smart-Objekte aktualisiert werden müssen. So, jetzt habe ich anstatt Ziegeln im Gesicht, habe ich halt irgendwie Wasser im Gesicht oder so. Okay? Also so könnt ihr in Windeseile solche Sachen ausprobieren, weil, wie gesagt, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wie komplex das ist, weil das Schwierigste bei diesem Vorgang hier ist, die richtige Struktur auszuwählen. Also hier die richtigen Steine auszuwählen oder so. Ja? Oder das ist nämlich echt nicht einfach. Das ist wirklich schwierig, etwas zu finden, was dann wirklich passt. Vor allem bei diesem Mount Rushmore-Bild war das halt schwierig, weil das musste ja zu den übrigen Felsen passen. Ja? Das war jetzt mal ein kleines Tutorial über modulare Arbeitsumgebungen. Da könnte ich euch natürlich noch viel mehr Beispiele zeigen, aber da ich nicht mehr so große Projekte mache zurzeit, also wo man zum Beispiel dann auch noch mit InDesign zusammenarbeitet und solche Sachen, habe ich da jetzt nicht so die dollen Beispiele. Deswegen, das waren jetzt einfach mal zwei Beispiele, die ich euch gezeigt habe, die euch vielleicht einen Anstoß geben dafür, sagen wir mal so, Dateien genereller anzulegen, sodass man mit denen viel rumprobieren kann. Also das ist vielleicht für die Kreativität auch nicht schlecht. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von sowas haltet. Dann wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Storz.